Wir sind hier am Alexanderplatz angekommen, mit der U-Bahn, also das ist U-Bahn, fährt ab, ja weiter, und wir suchen nach dem Ausgang in die Stadt zum Alexanderplatz. Also Marli, frag, frag jemanden, frag jemanden, wo Ausgang ist, Entschuldigung, Ausgang zum Alexanderplatz, wo finden wir, da lang und nach oben, die Treppen rauf, gut, da lang, eben, also haben wir gefunden, also in die Richtung gehen wir, also, Und dann sind wir schon am Alexanderplatz, und Sie mit uns auch werden dabei sein, also am Alexanderplatz, da sind andere Linien, also, und wir gehen, wir gehen die Treppen rauf. Ja, und hier sind die Schilder, wie heißt das, Ausgang, Fernsehturm, warte, 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 Fernsehturm, Alexanderplatz, dort, warte mal. Alexanderplatz, rechts ausgang, schauen wir mal, wo wir, also, die U-Bahn ist nicht ganz tief, in Berlin, ist nicht so tief wie in Kiew, zum Beispiel. Und hier bin ich auch, nicht so tief unter der Erde, so, und so sind wir Alexanderplatz, jo, das ist Berlin, Alexanderplatz. Und jetzt müssen wir nach diesem Saturn suchen, ja, wo das ist, wo dieser Lande mit Heldnis und diesen Kartenhallen verschieden ist. Okay, gehen wir, fragen jemanden vielleicht, vielleicht weiß jemand, wo dieser Saturn sich befindet. Ja. 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 Vielen Dank.